Musik Oh, da ist ein Kommandant. Oh! Warte mal, ich gehe da oben. Moment, da ist eine Dings. Deswegen habe ich ja gesagt... Augenaufhalt. Augenaufhalte. Junge. Scheiße, ich springe hier gerne runter. Ich komme jetzt zwar nicht mehr hoch, aber egal. So wie es rechtlich längst? Nee, glaube ich eher weniger. Da war sie vorhin auch nicht. Diese Fotze. Ja, sicherlich! Wie hast du gewonnen? Ja, die war unter deinem Stein. Alles klar. Ich habe die weggebombt. Aber du hörst das. Du hörst das Rascheln. Echt? Ja. Du musst nur mal drauf achten. Ja, ich habe die Rettung. Ich weiß, aber du musst da drauf achten. Du hast eine goldene Skulptur erlegt. Dafür hältst du ein Bildfragment. Naja, besser als nix, wa? Okay, ab zurück zu Chic. Warum? Nachdem ich die Exe kaputt gemacht habe. Hier sind zwei, kommen wir da. Nice, man. Bam! Okay, das waren zu wenige. Scheiße. Egal. So. Nice. Äh. Bist du schon wieder auf bei Chic? Nee. Nee, noch nicht. Ich habe hier gerade schon. Danke. Ich bin bei dich. Komm, komm, komm. Wir müssen bei. Der Sonnkommandant. Eben. Lol. Der hat einen Wasserkopf. Ich war oben am Wasserkopf. Nicht nur, weil er hässlich ist. Ja, sicher. Alter, ich finde diesen Move nice, Alter. Zack, zack. Nee, das ist. Eins, zwei, drei. Okay. Drei. Drei. Oh. Mach mal dreimal Y und einmal X, bitte. Was machst du da für einen Move? Yps. Wahrscheinlich gar keinen. Weil ich ja, weil ich ja... Doch, den hier. Ich mache so einen Roll. Geil. Mit. Oh, Spruch. Ey, du hast ihn nicht alles liegen lassen. Oh, oh. Böse genau. Ja, der Westplatz fällt mir. Aber egal. Das ist unsere Krabbelmine. Wo ist unsere Krabbelmine? Oh. Alles klar. Ja, ne Waffe eingesammelt. Nice. Herzenfall. Aua, jetzt hab ich das. Fickt euch. Wir müssen hin. Da. Festungskommandant. Ist er da? Oh. Oh. Verstoffe durch. Na. Da schau mal was drin ist. Ja, bin ich gespannt. Oh Gott. Da weißt du, wenn ich da jetzt stehen würde. Das wäre ärgerlich. Was ist das denn? Finde sich aus wie ein Schwert. Durch. Du hast eine versiegelte Waffe erhalten. Du kannst dir später ansehen, was genau du da wartest. Geil. Schicke Sache. Da muss man bestimmt Geld bezahlen. Also Ruppine. Kann man auch kaputt schlagen. Was? Kann man auch kaputt schlagen. Kann man auch kaputt schlagen. Kann man auch kaputt schlagen. Ja. Wirklich, da ist ziemlich fast nützliches drin. Ah. 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 Ok. Habe nämlich vorbei gecharge. Egal. Warte mal. Wir müssen hier links rein. Ja. Weisse. Oh. Jetzt kommt doch Fressbrett recibir floats. Fast. Wanted? photographer. Ok. Von hinten wegthysten. پchildrenli part. Warthole zadet. Als lebe aus ganz kiste vor sich stellen text muss nur weg gehen das nicht neust du hast also ein führer die last die das für beide er war der verschwindet dann vier in der schlachten aus wo sie sind vorzunehmen ach guck mal nicht gilt nicht für heute natürlich ärgerlich wollen wir das denn so machen wir teilen uns die kisten auf genau also die nächste krieg dann wieder müssen wir uns zu den bieten dass wir immer hin und her nehmen weil dann können wir der muss das glück entscheiden wird das glück entscheiden dann können wir uns auch nicht sagen so hat ja gesprungen lassen können so schick ist rückgefallen okay ja das wollte ich auch die kristalle erobert ich bin mir sicher wir müssen hier lang besiege den tunnelmeister ich suche ihn gerade ach der ist mir schon irgendwo dabei ja ich weiß wir hätten weitergehen müssen wo wir eben waren wo du mit einem fein zeigst da müssen wir runter hundertprozentig schwöch dir ich schüttige schock grab ich mir jetzt boah der weiß wie awesome ist wenn du nachher einen greifhaken krist die kamera ist ganz schön sensibel muss ich sagen da ist er ich habe ihn ich habe ihn das nicht das kann ich mir von dem aber silber nicht ja ja pass auf Da ist noch ein cooles Spiel, komm mal dran. Ja, ich weiß, ich wollte aber erstmal den Tunnelmeister finden. Ja, klar. Meiner... Nice, wir haben das Tor geöffnet. Wir müssen zurück zur Krabelmine, wa? Ich glaube, der ist down. Der fliegt nur noch. Schubmaterial. Ey, das ist echt... Ich teilweise eine Sache hier, ne? Wollen wir... Das wäre jetzt das ultimative. Wir können Gras schnitzen. So bist du? Ah. Oh nein, schon wieder... Ja, da haben wir die Krabelmine. Die Krabelmine? Das ist unsere Krabelmine. Ich habe keine Krabelmine, die ist hier vorne. Da. Da. Wollen wir wieder unsere Hilfe? Ja. Das wäre ganz cool. Nice! Nice! Ich bin... Versuch, nun runter zu springen, wa? Okay. Es kann nur einen Leg geben. Und der ist es nicht. Ja. Ich bin... 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 Ja, ich soll deine... Ich glaube, wir werden die Spiel noch lange spielen heute. Ich bin... 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 Zauberfrei. Lauf. Da weiss ich hin. Ich bin... Legen wir los. Ja. die baubein löde lassen sie hat noch fest okay guck mal wir sollten glaube ich mal die dings jetzt noch geschützt haben wir wohl schon genug geklärt ich wollte gerade sagen alter jetzt nur nur ist kurz hier mal die zähne kennst du die noch jetzt kennen sie überhaupt in den typen ja mit ihm und sorgen Rüdiger mehr alles falsch wer soll ja eigentlich ja ich darf ich darf ich darf oh ich hab schon verhindere das link flieht da ist er ich hab ihn ich hab ihn ich hab ihn jetzt kommt mal magie raus aber guck guck magie angriff jungen was machst du denn ich hab voll den geilen angriff gemacht lass mal lass mal lass mal ich hab mein special ender so wo ist er hin der ist in die dings reingekommen geh mal zur krabbelmine was ist das alter ok das hat nicht so viel Aua schaden ich hab ihn 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 verbrannt das stimmt nicht dieser nein 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 sammeln die alte sein ja schwer ne ich hätte ja auch so schlechter da habe ich schon so eine große klopfe nice so ich glaube wir müssen mal zurück zu den kabelminen ja genau äh ich nehme die linke ok die ist in sicherheit alles klar äh und jetzt es sind zwei beide mit mir gegeben dann ist mir bewusst du musst die zweite bei mir dank mal ab ah die tun oh yeah boah was hast du auch zu den R gedrückt oder? ja ich muss mal A drücken ich muss nur special mega move das hier rücken wir das das muss ja mal sie ja ja ich zum ausgang ist frei ach so naja jetzt sehe ich ein bisschen anders meine drohe er findet es ein ganzes herz container ist jeder schon das wert alter wir müssen mal gucken wie das ist ob es unterschiedliche tun gibt was habe ich gesagt hat 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 wir haben uns auf reinigt wie verhältst du nicht jetzt ich kann nicht zählen okay ach so wir müssen andersrum alle zuschauer kriegen bei mir bestimmt voll die epilepsie alter so oft wie ich die kameradrehung wende ja mann der weg ist frei zum wald firon und zu dieser jungen frau von der wir gehört haben hoffen wir das sind präsenzeller ist die ungeduldig hier sind link im paar danke vielleicht gelingt es euch beiden hyrule vor dem untergang zu bewahren sieg kenne dazu ein bisschen wie game over oder boss sieg melodie ich weiß nicht zauber steckt der kontrolle über feuerverleiter schaden vertreten was ja okay geil für dich für dich für dich pyromas robe nachtschweller ketten ich halbos ich halbos so schuppe und monster zähne wenn die fragmente einsammeln müssen ein bild verfolgen erwarten die verschiedene preise für jede gelegte goldene skulptur erhältst du ein bildfragment es gibt insgesamt fünf bilder und dann bilder betracht in der glee kannst du dir ansehen wie viele formen du bereits gesammelt hast okay sie aus wie ein cake von link ab sofort als schick spielen jetzt war verhalten lirat der göttin diese lirat spiel magische melodien über die kommen verleistet wie ein element mit dem starken das ist wahrscheinlich für stieg du kannst du das angriffspotor von link erhöhen schmierer zu den angst mit der kupon für 1 ich würde sagen das machen wir gleich weil ich muss den pinkeln dann machen wir kurzen schnitt und dann kann ich ja nicht mücken ja die gemeintschuldig ich brauche